hallo ihr lieben so wir gießen heute mit raisin und mit aquacast habt da bestimmt im titel schon gelesen ich wollte mal wieder ein vergleich mit den beiden machen ich hatte lange nicht ist schon eine ganze weile her und ich hatte mal wieder richtig lust auf dieses material weil ich wirklich immer ganz schön finde irgendwie mal was neues auszuprobieren ich finde das material auch für mich immer wieder noch eine herausforderung gerade weil es eben komplett anders ist als epoxid tarts also man kann es wirklich gar nicht vergleichen und effekte sind einfach auch komplett irgendwie nie so wie ich sie wollte und dementsprechend probiere ich mich da jetzt einfach mal wieder mit aus und ich freue mich dass ihr da seid heute ist ja wieder sonntag beziehungsweise wenn ich es jetzt fertig mache ist es tatsache nicht sonntag aber ich glaube ihr wisst was ich meine ich freue mich auf jeden fall wenn ihr sonntags immer dabei seid und ja ich habe jetzt angefangen mit dem raisin und das raisin ist in der mischung von 1 zu 3,5 das heißt ein teil wasser und ein teil 3,5 teile pulver steht aber auch immer noch mal auf der verpackung drauf also dementsprechend dass ich weiß jetzt nicht mehr genau bei welchem aber das steht sogar ein wirkliches rechenbeispiel dann bei also dementsprechend keine sorge das bekommt ihr hin ich habe es auch hinbekommen und dementsprechend funktioniert das auch ganz gut ich habe für mich eigentlich ganz gut für mich entschieden dass ich halt immer stück für stück das pulver rein machen und dann schaue wie sich entwickelt da kann aber jeder für sich selber entscheiden ob er gleich alles und das wasser dann mit rein macht wie gesagt ich mache es jetzt stück für stück einfach weil es sich besser rühren lässt und wenn man immer manchmal denkt oh gott das ist jetzt so dick so fest irgendwie keine sorge in der regel wird es wieder flüssiger wenn man anfängt zu rühren und dementsprechend am besten immer in in bewegung bleiben mit dem ganzen material sowohl bei raisin als auch beim aquacast ich habe noch nicht so richtig meinen favoriten rausgefunden wenn ich ehrlich bin ja übrigens tollpatschig bin ich auch und weil ich irgendwo beide ganz gut finde es gab ja ich weiß mir fällt der name immer nicht ein es gibt ja noch ein anderes material von etter art was aber mit pulver und einem anderen komponenten zusammen gemischt wird das finde ich persönlich tatsächlich nicht ganz so gut und das einfach weil ich dieses ungerne so davon abhängig bin wie gut ich zusammen mische wenn mir die eine komponente alle geht dann kann ich tatsache nicht mehr weiter machen weil da fehlt ja dann etwas und dementsprechend ist das für mich natürlich dann schade und ja aber wie gesagt diesmal ich habe es jetzt mit raisin ich habe diesmal auch so ein bisschen glitzer hat mich da einfach versucht ein bisschen auszutun wollt mal schauen wie funktioniert es ist es weiterhin oben auch dann wenn ich es entforme noch zu sehen oder ist das dann ungünstig habe mich auch für zwei farmen entschieden für so ein gelb und so ein grün mint touch auch da ist natürlich die färbung da muss ich sagen glaube ich so ein stück weit das aquacast besser gewesen jetzt vom gefühl her das kann aber wie gesagt auch täuschen vielleicht habe ich es einfach anders gemacht und habe es nicht gemerkt und aber wie gesagt es ist nicht so extrem mir fehlen so ein bisschen die kontraste vielleicht habe ich auch noch nicht das richtige pulver dazu gefunden oder ähnliches also dementsprechend da dürft ihr euch natürlich gerne austoben und mir gerne auch unter das video einen kommentar da lassen falls ihr irgendwo ein pulver oder eine idee habt dann gerne reinschreiben ich freue mich da über ideen weil ich manchmal unglaublich gerne intensivere farben haben möchte und nicht immer diese pastellfarben ich mag die pastellfarben die sind super aber eben halt nicht so intensiv und dementsprechend ja hier habe ich jetzt dann noch mal zwei mir von zwei anderen farben zu hilfe geholt erstens weil ich davon mehr habe und einfach weil ich da irgendwie gehofft habe dass es da ein bisschen intensiver wird und ein bisschen ist es tatsache intensiver geworden und dementsprechend war das auch in ordnung das andere war jetzt mit ein bisschen grün stärker geworden und also weniger diesen mint ton weil ich den mint ton übrigens sehr sehr gerne mag das hat alles so ein bisschen entspannung hier habe ich übrigens ich weiß nicht wer das kennt ich habe das acrylic pouring übrigens auch schon lange nicht gemacht da gibt es diese flip cup variante und das habe ich jetzt einfach mit dem rasen und mit dem ja mit dem rasen erstmal ich mache alles der reine nach ausprobiert und dementsprechend bin ich zeige ich euch logischerweise wie immer zum schluss hin die ergebnisse und ja und ihr seht so ein bisschen hat es da auch diese marmorier effekt was mir halt immer wieder auch sehr sehr wichtig ist aber wie gesagt ich habe noch nicht das richtige handling jetzt rausgefunden aber vielleicht könnt ihr aus meinen fehlern lernen ich finde es auch unglaublich schnell dass es dickflüssig wird also ihr habt zum teil nicht so viel zeit wie jetzt beim epoxy tarts welches ich jetzt zum beispiel nehmen das resin vor dekor da habe ich ja ein bisschen mehr zeit hier habe ich das gefühl ich habe es noch gar nicht ganz fertig angerührt und schwuppdiwupp ist das ding schon fest und dementsprechend bin ich da manchmal natürlich auch frustriert wenn das dann nicht so funktioniert wie es mir gerne vorstelle ja während ich jetzt hier noch klopfe wollte ich euch natürlich berichten ich hatte euch ja letztes letzte woche ein video von meinem meerschweinchen hochgeladen ich habe aktuell noch keinen partner gefunden ich hatte ein meerschweinchen hier und dass die haben sich leider nicht so gut vertragen das meerschweinchen war unglaublich putzig unglaublich neugierig auch war ich glaube knapp drei monate alt auch junge ein bürkchen also ein frühkastrat und dementsprechend habe ich dann leider wieder abgeben müssen weil es einfach sich mit meinem nicht vertragen hat und das war gegen mir unglaublich ans herz auch wenn ich weiß dass vergesellschaftung bei meerschweinchen manchmal gar nicht so einfach ist aber ja dementsprechend war das dann gar nicht so einfach für mich ja das wollte ich auf jeden fall sagen damit ihr da auf dem laufenden bleibt sollte ich da irgendwie was neues erfahren werde ich euch das natürlich auch zeigen ja hier habe ich jetzt das aquacast das aquacast gibt es bei etta art und das wird im verhältnis 100 zu 35 gemischt beziehungsweise 2,8 zu 1 kann man jetzt sehen wie man möchte das heißt 100 teile pulver 3 und 35 teile von dem wasser und eigentlich vom prinzip her einfach unglaublich ähnlich und ich glaube so extreme unterschiede gibt es da wahrscheinlich auch gar nicht aber da gibt es unglaublich viele das sehe ich auch immer auf youtube wenn andere youtubers so ein bisschen das zeigen der eine mag das lieber der andere mag das ob man da jetzt kooperationen hat weiß ich nicht beziehungsweise zum teil sehe es natürlich wenn dort werbung steht zum beispiel bei anderen weiß ich zum beispiel auch dass die die sachen oft gratis geschenkt bekommen und dementsprechend verstehe ich natürlich dass die dann damit natürlich lieber arbeiten ich kann sagen ich habe keine kooperation ich habe auch kein nichts gratis dazu geschickt bekommen sondern dass das wirklich alles selber gekauft ich probiere es halt wirklich unglaublich gerne selbst aus wie es funktioniert und dementsprechend ist das auf jeden fall meine meinung mein handling also ich schneide nichts raus ich zeige euch einfach das so wie es ist das war schon von anfang an meine devise ich zeige euch auch fehler ich zeige euch einfach ich versuche so wenig wie möglich rauszuschneiden weil das für mich ein wichtiger part ist um euch zu zeigen so habe ich es gemacht so funktioniert beziehungsweise lasst es lieber sein es ist nicht so möglich sondern versucht dann natürlich schon mal was neues auszuprobieren wie es dann vielleicht dann doch besser funktionieren kann aber wie gesagt ja das ist meine devise das ist mein kanal ich bin kein profi ich habe einen anderen hauptjob der mir aktuell auch ganz viel zeit nimmt und auch ganz viel kraft und nerven und ich hoffe unglaublich dass das ganz 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 schnell wieder besser wird weil das alles irgendwie gerade echt anstrengend ist erst war es mit meinem meerschweinchen dann mit dem job jetzt einfach und ich hatte mir ja vorher auch zwei piercings stechen lassen bevor das mit meinem meerschweinchen passiert ist und für mich war das einfach glaube ich ganz schön viel aktuell und ich merke einfach wie es sehr sehr an meine substanz geht ich ärgere mich unglaublich schnell über sachen und ich will auch gar nicht so weit in meinen beruf reingehen aber es gibt einfach sachen wo ich natürlich dann irgendwann schaue wie weit kann ich gehen es gibt natürlich auch sachen wo ich vielleicht auch mit meinem chef dann noch mal plausche weil mich natürlich auch etwas wurmt aber da warte ich noch einen moment und schau dann einfach mal und ja ansonsten hier ich habe jetzt einfach gequatscht während ich das ganze zusammenrühre ihr könnt auch den ton natürlich ausschalten wenn ich rede ja ansonsten logischerweise wer das erste mal hier ist ich mache die dabei videos ich lade musik videos hoch und freue mich dann einfach wenn die videos geschaut werden ich mache es für mich als hobby und freue mich unglaublich dass wir über 600 abonnenten sind also das ist da wirklich für mich sowas wirklich unglaublich schönes hätte ich nie mit gerechnet und freue mich da einfach auch sehr drüber und dementsprechend ja aber wie gesagt es ist ein hobby es ist ich kann leider nicht so viel zeit in videos zum beispiel stecken wie jetzt andere youtuber die das hauptberuflich machen und dementsprechend habe ich hoffentlich die aktuell beste perspektive für meine videos gefunden um euch die sachen zu zeigen wie ich sie mache und ich bastel unglaublich gerne das gibt mir so ein bisschen entspannungsgefühl und ich kann dann einfach mal den kopf ausschalten oft habe ich deswegen auch ganz oft die nachvertonung habe ich dann einfach hörbücher an und höre dann eben bücher die ich zum teil aktuell sogar immer schon kenne und einfach damit ich mich halt auf beides konzentrieren kann ja so ihr seht auch hier das klopfen und das hochheben das gehört übrigens mit dazu das gehört bei beiden komponenten mit dazu aufgrund dessen weil dann die blasen nach oben kommen ich habe dann versucht so ein bisschen mit dem stäbchen auch diese blasen so ein bisschen aufzubekommen es sind leider nicht alle blasen ich habe irgendwie auch wenn ich das in forme sieht man es ich glaube dass wenn ich euch das ergebnis zeige seht ihr was ich meine und da sind einfach so die blasen glaube ich unten hängen geblieben und sind halt nicht bis nach oben gekommen und das ist natürlich schade aber trotzdem finde ich die ergebnisse beide übrigens sehr sehr schön ihr seht auch hier übrigens die farben sind ein klein wenig intensiver geworden als jetzt bei dem anderen bin mir jetzt gerade nicht sicher während ich jetzt spreche weil ich mir die ergebnisse gerade nicht mehr angeschaut hatte ob das durch das trocknen wieder abgeschwächt wird aber das werden wir sofort gleich bei den ergebnissen sehen das aushärten geht übrigens unglaublich schnell ich habe es teilweise nach einer stunde anderthalb rausgenommen eine weitere verarbeitung sollte man vielleicht die dann doch einen moment stehen lassen also vielleicht einen tag und am nächsten tag weitermachen das ist euch aber selber überlassen auf jeden fall gut durchtrocknen lassen bevor ihr es aus der form nehmt ich habe schon mal den fehler gemacht das zu früh machen zu wollen und dann ist es mir jetzt zerbrochen und hier kommen jetzt die ergebnisse beziehungsweise erstmal das rausnehmen übrigens auch nicht ganz so einfach weil mir so ein bisschen das ganze so ein bisschen hochgeploppt ist also zu viel gegossen und dadurch bin ich nicht ganz so richtig drangekommen und ja und wer Frauen kennt wenn es um die Fingernägel geht trauert man schon hinterher also ich habe so ein zwei Sachen wo ich dachte so eine Größe so hier seht ihr schon das was übrigens runterfällt das ist das was zu viel drauf war also da keine Sorge und das was da am Rand so übersteht das kann man ganz gut abknipsen also dadurch da kann man viel viel besser korrigieren als jetzt zum Beispiel beim Epoxidharz und ja dementsprechend mache ich das jetzt hier da auch gerade noch ihr könnt vorspulen falls ihr es nicht sehen wollt aber ich dachte wenn ich es schon gerade frisch aus der Form geholt habe dann mache ich das selbstverständlich noch und aber ihr seht schon das Ergebnis ich mag die Farbe sehr wie gesagt es ist halt nur nicht das wo ich es mir gewünscht habe aber wie gesagt ich mag die Schalenform auch sehr gerne davon habe ich ganz viele und ich freue mich da immer sehr drüber das Glitzer ist nicht ganz so liegen geblieben wie ich es mir auch gewünscht hätte aber auch das ist wie es ist so und jetzt kommen wir zu dem anderen da seht ihr schon die Farbe ist auch ein bisschen anders also vom Aquacast und dementsprechend ähm sind die Farben da auch ein bisschen intensiver aber ich habe auch relativ gut Farbe reingemacht aber das hatte ich bei dem anderen auch also dementsprechend da farblich glaube ich würde ich aktuell zum Aquacast tendieren und ihr seht hier ist der Glitzer auch ein bisschen besser liegen geblieben hier habe ich allerdings überlegt ob ich da einfach Epoxidat reingieße ich habe es noch nicht gemacht und hier seht ihr übrigens am Rand das ganze wo einfach so ein bisschen die Bläschen da geblieben sind und dadurch das ganze so ein bisschen holprig ist und äh da suche ich muss ich einfach wahrscheinlich mehr klopfen und ja also ihr seht diese Ergebnisse das eine war ja die Flipcup Technik und die andere war äh so eine andere Technik und ich muss sagen ich fand die andere jetzt was schöner ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende und hoffe ihr habt einen wunderschönen Sonntag jetzt noch und ich hoffe ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei und bis bald Tschüss